Kapitel 7 Die goldene Hochzeit Mittags trafen sich alle im Hotelrestaurant, um die goldene Hochzeit der Großeltern zu feiern. Auch die anderen Verwandten waren da, Onkel Georg und Tante Margarete, Onkel Hans und Tante Therese, die Cousinen Gabriela, Hilda und Sandra, die Cousins Andreas, Stefan und Thomas und die kleine Johanna. Auch die Geschwister der Großeltern waren gekommen, um zu feiern. »Es ist so schön, dass ihr alle gekommen seid«, sagte die Großmutter mit Tränen in den Augen. Auch der Großvater war etwas nervös und schaute immer wieder zur Tür, als ob er noch auf jemanden warten würde. »Wir sind sehr glücklich, dass wir zusammen mit euch unsere goldene Hochzeit hier in Weimar feiern können«, sagte der Großvater und gab dem Ober ein Zeichen. Sofort wurden die Teller mit der Kräutercremesuppe hereingetragen. Danach gab es Rinderbraten mit Thüringer Klößen und Rotkohl. Nach dem Hauptgericht wurde ein kleiner Tisch in den Saal geschoben, auf dem ein großer Deckel etwas abdeckte, sodass man nicht sehen konnte, was darunter war. »So, ich würde gerne noch etwas sagen«, sagte der Großvater. »Meine liebe Katharina, 50 Jahre sind wir jetzt glücklich verheiratet. Vor über 50 Jahren haben wir uns in Thüringen kennengelernt.« »Wann gibt es denn endlich Nachtisch?«, fragte die kleine Johanna. Alle lachten. »Es dauert nicht mehr lange, Johanna«, meinte der Großvater. »Also, vor mehr als 50 Jahren sahen wir uns hier in Weimar wieder. Zuerst waren wir hier im Hotel und dann trafen wir uns zum ersten Mal unter dem großen Ginkgo-Baum und deshalb ist Ginkgo für uns etwas Besonderes.« Wieder gab der Großvater ein Zeichen und der Ober nahm den Deckel weg, sodass alle den Nachtisch sehen konnten. Ein riesiges Ginkgo-Blatt aus Waldmeister- und Vanilleeis. Die Gäste waren begeistert und klatschten in die Hände. »Das ist aber eine schöne Überraschung«, sagte Großmutter. »Ja, ja«, »der Großvater schien nicht richtig zuzuhören und sah immer wieder zur Tür. In diesem Moment kam der Mann in den Saal, den Tim zusammen mit Großvater in der Stadt gesehen hatte. Der Großvater lächelte und erhob sein Glas. »Und jetzt möchte ich gerne noch etwas Wichtiges sagen. Meine liebe Katharina, es waren sehr schöne 50 Jahre mit dir und ich freue mich auf die nächsten 50 Jahre.« Alle lachten. »Oder 60«, lachte auch der Großvater. Der fremde Mann kam nach vorne und gab ihm ein kleines Päckchen. »Ginkgo war wichtig für uns. Wir denken immer gerne daran. Deshalb habe ich ein besonderes Geschenk für dich, liebe Katharina.« Die Großmutter öffnete das Päckchen und zeigte allen die goldene Kette, die aus vielen kleinen und größeren goldenen Ginkgo-Blättern bestand. »Die Kette ist wunderschön, lieber Hans Georg«, sagte die Großmutter. »Ich habe die Kette hier in Weimar extra für dich anfertigen lassen. Es gibt diese Kette nur einmal auf der Welt. Sieh mal, auf der Rückseite stehen unsere Initialen HGS und KS und unser Hochzeitsdatum. Und »Vielen Dank, dass die Kette so schnell fertig geworden ist«, sagte der Großvater zu dem Mann, der das Päckchen gebracht hatte. »Das ist Alexander Baumann, der Goldschmied.« Die Großmutter war sehr glücklich und die Gäste konnten nicht sehen, wer mehr strahlte, die Goldkette oder die Großmutter. »Heute Abend treffen wir uns alle um 18 Uhr im Nationaltheater. Da gibt es noch eine kleine Überraschung für euch«, sagte der Großvater. Kapitel 8 Der Theaterbesuch »Wir könnten hier ein schönes Familienfoto machen«, schlug dem Vater vor, als die Familie kurz vor 18 Uhr vor dem Nationaltheater stand. »Wenn wir uns alle vor das Goethe- und Schiller-Denkmal stellen, kann man dahinter das Theater sehen. Und dann können wir das Foto auf unsere Facebook-Seite stellen, damit alle Freunde uns sehen können«, sagte die Großmutter. »Du hast eine Facebook-Seite?«, fragte Lisa überrascht. »Ja, klar. Das habe ich alles im Computerkurs für Senioren gelernt«, erklärte Oma Katharina. »Die Seite sehen wir uns heute Abend im Hotel an, Oma. Wie gut, dass ich mein Laptop mitgenommen habe«, sagte Tim. »Ich habe euch ja heute beim Mittagessen gesagt, dass ich noch eine kleine Überraschung für euch habe«, sagte der Großvater. »Mein alter Freund Bernd war hier früher Theaterdirektor. Er hat für unsere Familie eine Führung durch das Theater organisiert. Und nach der Vorstellung werden wir die Schauspieler kennenlernen.« »Das ist ja super, Opa. Ich muss für die Schule ein Referat über Goethe halten. Vielleicht kann ich mit den Schauspielern, die die Hauptrollen spielen, ein Interview machen«, sagte Tim begeistert. Am Eingang wartete schon Bernd Morgenstern auf sie und begrüßte seinen Freund und die Familie sehr herzlich. »Herzlichen Glückwunsch zur goldenen Hochzeit!« »Katharina, wir haben uns lange nicht gesehen.« »Du siehst sehr gut aus«, sagte er zu Großmutter. »Und deine Kette?« »Hier in Weimar gibt es viele Ginkgo-Souvenirs, aber so eine schöne Kette habe ich noch nie gesehen«, sagte er und bewunderte die neue Kette, die Oma Katharina für den besonderen Theaterbesuch trug. »Kommt mit! Ich zeige euch die Maskenräume. Die Schauspieler bereiten sich dort schon auf ihre Vorstellung vor.« Als sie weitergingen, hörten sie eine laute Diskussion. »Ich bin die beste Schauspielerin für dieses Stück!«, rief eine Stimme. »Manchmal sind die Schauspieler vor der Aufführung etwas nervös«, meinte Bernd. Nach der Führung tranken sie noch etwas an der Theaterbar. Auch hier bewunderten viele Menschen Katharinas neue Kette. Eine Frau sprach die Großmutter sogar an und fragte, wo man diese Kette kaufen könnte, aber Großvater erklärte, dass es diese Kette nur einmal auf der Welt gibt. Kapitel 9 Goethes Faust Die Familie ging zu den reservierten Plätzen. Die Großeltern saßen in einer Loge neben den Türen. Das Stück begann. Der Wissenschaftler Faust hatte viel studiert, aber er war mit seinem Leben nicht mehr zufrieden. Er wollte immer mehr lernen und wissen. Auf einem Spaziergang sah er einen Hund, einen Pudel. Dieser Pudel folgte ihm. Als sie beide im Haus waren, wurde es ganz dunkel. Dann gab es einen lauten Knall und... Der Pudel war nicht mehr auf der Bühne. Dort kam plötzlich aus einem dichten Nebel Mephisto. Er ging zu Dr. Faust und machte ihm einen Vorschlag. Faust sollte so viel Neues lernen, wie er wollte, aber wenn er in einem Moment seines Lebens sagen würde, dass das Leben nicht mehr schöner sein könnte als in diesem Moment, dann sollte Mephisto seine Seele bekommen. Faust gefiel die Idee und er hatte viele Wünsche. Er lernte das junge Mädchen Grete kennen. Im Theater ging das Licht an und die Pause begann. Da hörte man einen lauten Schrei. Die Großmutter! Was war passiert? Kapitel 10 Die Ginko-Kette ist weg Meine Kette, rief die Großmutter laut Was ist denn passiert, Oma? fragte Lisa Meine schöne Kette, sie ist weg Ich habe nichts gemerkt Vor der Aufführung hatte ich sie noch Du hast die Kette vielleicht verloren Ich gehe zu deinem Platz und sehe nach sagte Lisa und ging zur Loge Aber sie konnte die Kette nicht finden Überleg doch mal genau Vielleicht bist du zur Toilette gegangen und hast die Kette dort verloren meinte Tante Teresa Nein, das kann nicht sein Ich war vor der Vorstellung auf der Toilette und eine Frau hat mich danach gefragt wo man so eine schöne Kette kaufen kann Katharina, was ist passiert? fragte jetzt Bernd, Großvaters Freund Katharina erzählte ihm kurz, was passiert war Wir müssen den Theaterdirektor und die Polizei informieren sagte er Die Polizei? Warum denn? fragte Oma Katharina Das erkläre ich dir später sagte er und ging weg Die Großmutter war sehr aufgeregt und wollte den zweiten Teil des Theaterstücks nicht mehr sehen Sie ging mit Großvater zurück ins Hotel Tim und seine Familie sahen sich den zweiten Teil an Er fand das Theaterstück sehr interessant Er nahm auch ein Programmheft mit damit er es seinem Deutschlehrer zeigen konnte Nach der Vorstellung sprach Bernd mit dem Theaterdirektor Danach informierte er die Familie Es tut uns leid, dass die Kette weg ist aber leider ist so etwas nicht zum ersten Mal passiert sagte der Theaterdirektor Wir wissen wirklich nicht, was wir machen sollen Die Polizei war schon oft hier Jedes Mal, wenn Goethes Faust gespielt wird verschwindet Schmuck In der Zeitung stand ein Artikel in dem davor gewarnt wird dass hier im Theater Schmuck gestohlen wird Viele Leute, die ins Theater kommen tragen keinen Schmuck mehr Es ist ein Drama Und der Schmuck verschwindet immer nur bei Vorstellungen von Faust? fragte Tim und erinnerte sich an den Titel in der Tageszeitung Richtig Aber die Polizei hat auch schon recherchiert und keine Antwort auf die Frage gefunden wer den Schmuck stiehlt Gemeinsam gingen alle zurück ins Hotel Sie waren sehr still und dachten an die Großmutter die so traurig war weil ihr besonderes Geschenk weg war Kapitel 11 Facebook Tim Sollen wir uns mal Omas Facebook-Seite ansehen? fragte Lisa Das können wir machen Wir können ja das Familienfoto von heute Abend auf Ihre Seite stellen Vielleicht freut sie sich darüber meinte Tim Tim wollte für seine Oma noch ein paar Informationen über die Theateraufführung aufschreiben Die Schauspielerin die die Rolle der Margarete gespielt hatte gefiel ihm besonders gut Er suchte im Programmheft ihren Namen Brigitte Sandmann Dann suchte er die Internetseite des Nationaltheaters und klickte auf das Theaterstück Faust Auf der Seite stand Aktuelle Änderung Neue Besetzung der Rolle der Margarete in Goethes Faust Tim fand die Information sehr interessant Hier klickte er auf die Namen der Schauspieler Die Rolle der Margarete spielte nun nicht mehr Brigitte Sandmann sondern Juliane West Das ist aber komisch Warum gibt es denn hier zwei verschiedene Namen? fragte sich Tim Weil er auch mehr Informationen für sein Referat finden wollte suchte er zuerst im Internet unter Brigitte Sandmann Das war der Name aus dem Programmheft Sie hatte schon an vielen Theatern in Deutschland gespielt Danach wollte er mehr Informationen über Juliane West im Internet suchen Auch hier stand dass sie an vielen Theatern in Deutschland gespielt hatte Aber welche Schauspielerin hatte er heute Abend gesehen? Er suchte nach Fotos und erkannte die Frau die die Rolle der Margarete so gut gespielt hatte sofort Es war Juliane West Lisa sah sich die Internetseite von Brigitte Sandmann noch einmal an Dort las sie Ich bin die Beste Das hat doch jemand gesagt als wir im Theater in der Nähe der Garderobe waren als die Schauspieler sich auf die Aufführung vorbereitet haben sagte Lisa Stimmt Ich gucke mal nach ob sie bei Facebook ist Unglaublich Das gibt es doch nicht Lisa und Tim waren sprachlos Auf der Facebook-Seite von Brigitte Sandmann sah man eine junge Frau mit einer goldenen Kette mit Ginkgo-Blättern Das Foto war am gleichen Abend ins Netz gestellt worden Die Kette sieht aus wie die Kette von Oma Opa hat doch gesagt dass es diese Kette nur einmal auf der Welt gibt meinte Lisa Vielleicht war der fremde Mann gar kein Goldschmied sondern ein Schmuckhändler der die Kette schon ein paar Mal verkauft hat Das müssen wir unbedingt Opa sagen Kapitel 12 Die Auflösung Es war schon zu spät um die Großeltern noch über das Foto zu informieren aber am nächsten Morgen erklärte Tim was er zusammen mit Lisa im Internet gefunden hatte Wir müssen die Polizei informieren sagte der Großvater Und was willst du dann sagen fragte Lisa Dass Omas Kette gestohlen wurde und dass die Kette jetzt im Internet zu sehen ist erklärte der Großvater Der Kriminalkommissar hörte zu was Tim und sein Großvater über die Ginkgo-Kette erzählten Er wollte gerne zu Brigitte Sandmann fahren und sie fragen woher sie die Kette hatte Tim durfte mitkommen und dabei sein Die Schauspielerin öffnete die Tür und lächelte Guten Tag Was kann ich für Sie tun? fragte sie freundlich Guten Tag Könnten Sie uns erklären woher Sie diese schöne Kette haben die Sie da tragen? sagte der Kommissar Die habe ich im Internet gekauft sagte Brigitte Das kann nicht sein Auf der Rückseite ist etwas eingraviert Sehen Sie bitte nach sagte Tim zu dem Kommissar Was steht denn auf der Rückseite? wollte der Kommissar von der Schauspielerin wissen Mein Geburtsdatum sagte sie schnell Wie alt sind Sie wenn ich fragen darf? fragte der Kommissar 28 Das ist ja interessant Hier steht 22. Mai 1963 Die Zahlen auf der Kette sagen, dass sie 50 Jahre alt sein müssten Hier Sehen Sie Das ist das Datum der goldenen Hochzeit meiner Großeltern Ihre Initialen stehen auch hier sagte Tim Brigitte Sandmann wurde zur Polizeiwache gebracht Das hast du gut gemacht sagte der Kommissar zu Tim Die Schauspielerin Brigitte Sandmann hat uns gesagt dass sie die Kette gestohlen hat Wir haben in ihrer Wohnung noch mehr Schmuckstücke gefunden Vielen Dank dass du die Informationen für uns gefunden hast Tim sagte Kriminalkommissar bald Aber warum hat sie die Kette von Oma gestohlen? wollte Lisa wissen Das wissen wir noch nicht erklärte der Polizist Sie wollte gerne als Schauspielerin am Nationaltheater arbeiten erklärte der Theaterdirektor der auf die Polizeiwache gekommen war Sie wollte die Rolle der Margarete in Goethes Faust spielen Es gab einen Termin an dem sie eine Szene aus Faust vorspielen sollte Sie kam zu spät Wir gaben ihr noch eine Chance aber sie war sehr nervös und spielte die Rolle nicht gut genug Es gab noch andere Schauspielerinnen die an diesem Tag vorspielten Ja und das Theater hat Juliane West die Rolle der Margarete gegeben erklärte der Kommissar Und dann hat sie im Internet geschrieben dass diese Entscheidung unfair wäre Aber warum wurde immer nur Schmuck gestohlen wenn Goethes Faust gespielt wurde wollte Tim wissen Weil es im Moment das einzige Theaterstück ist in dem es plötzlich ganz dunkel und dann sehr laut wird Die Besucher sind dadurch abgelenkt und merken erst später dass etwas fehlt Kapitel 13 Pläne für den Sommer Der Theaterdirektor war sehr erleichtert dass er jetzt wusste wer der Dieb im Theater war Er rief Tims Großmutter an um sie darüber zu informieren Es tut mir wirklich so leid dass ihre Kette in meinem Theater gestohlen wurde und dass sie die Vorstellung nicht komplett sehen konnten Zum Glück hat ihr Enkel die Diebin über das Internet gefunden sodass sie ihre Kette zurückbekommen können Brigitte Sandmann war immer die Hauptfigur in allen Theaterstücken Als der Theaterdirektor ihr mitgeteilt hatte dass sie die Rolle der Margarete nicht bekommen sollte war sie sehr enttäuscht traurig und wütend Und dann hat sie überlegt dass sie bei allen Faustaufführungen zeigen wird dass es am Theater ein Problem gibt und dann hat sie immer etwas gestohlen sagte der Polizist Wenn sie die Hauptrolle gespielt hätte wäre kein Schmuck gestohlen worden erklärte der Theaterdirektor Lieber Tim vielen Dank noch einmal für deine Hilfe sagte der Kommissar Ohne dich hätten wir die Kette nicht gefunden Auch ich möchte mich sehr bei dir bedanken lieber Tim Es ist für das Theater sehr wichtig dass die Menschen gerne zu uns kommen und keine Angst vor Schmuckdieben haben Ich würde dir gerne eine Freude machen Hast du eine Idee was für dich interessant sein könnte? fragte der Theaterdirektor Vielleicht ein Exklusivinterview mit unseren Schauspielern? Ein Interview wäre super Ich muss nämlich ein Referat über Goethe in Weimar vorbereiten sagte Tim Das ist kein Problem Wir arrangieren für dich ein Interview mit allen Schauspielern die im Faust mitgespielt haben Vielen Dank! Hast du auch schon einmal Theater gespielt? wollte der Theaterdirektor wissen Ja, ich spiele in der Theater AG in meiner Schule Dann habe ich noch eine Idee Würdest du gerne ein Praktikum in unserem Theater machen? Dann könntest du in einem Theaterstück eine kleine Rolle spielen Wirklich? Das ist ja super! Tim war begeistert Die Familienfeier war zu Ende Alle trafen sich noch einmal in einem Café Oma, wir haben da noch etwas für euch sagte Lisa und überreichte den Großeltern ein kleines Päckchen Dann werde ich mal nachsehen was das für eine Überraschung ist sagte die Großmutter Sieh mal, Hans-Georg, wie schön sagte sie mit Tränen in den Augen als sie das Taschentuch von der Wartburg und den kleinen Esel auspackte Kurze Zeit später verabschiedeten sich alle Kommt gut nach Hause Gute Fahrt sagte der Großvater Und im Sommer treffen wir uns wieder hier Ja? schlug Oma Katharina vor Es war ein schönes Fest Es war aufregend und spannend Tim hätte nie gedacht dass es in Weimar so interessant sein könnte Er schrieb natürlich sofort eine SMS an seinen Freund Christian Im nächsten Sommer würde er seinen Laptop auch wieder mitnehmen Es war sehr hilfreich gewesen bei der Suche nach dem Schmuckdieb Und wenn er sein Praktikum im Theater machen würde hätte er sicher noch viel mehr zu erzählen Dann Untertitelung des ZDF, 2020